Hallo und, warte mal, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA VizeCity. Wollte wir ja mit Facecam? Ja. Okay, genug geeinigt und jetzt geht es los mit diesem vorletzte, ich hoffe, die vorletzte Mission. Ich hoffe es. Vorletzte Mission. Vorletzte Mission. Okay, wir steigen im Boot ein und warten ab. Checkpoint Schammer. Sammle die Päckchen ein, ehe die Zeit um ist. Genau. Drei Minuten, also zwei Minuten und eineinhalb. Zwei Minuten und 30 Sekunden Zeit. Und jetzt konzentriere ich mich hier gerade. Okay, spiel. Och, spiel. Nein. Ich fahr kack jetzt schon. Ich fahr spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, du bist ja weg Konzentration wollen es ja natürlich schaffen Konzentration 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 Ja, natürlich fahre ich dran vorbei. Ja, was habe ich gesagt? Nochmal. Kurz einen Moment. Okay, gut. Alles im Grünbereich und jetzt hier weiter jetzt. Weil der so schön war, noch einmal. Ja. 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 Natürlich wieder zurück. Das ist ja mein Haupt-Hobby. Hin und her. Ja. 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 Was fliege ich da komplett durch? Natürlich. Lässt er mich nicht zurückfahren. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Mach doch einmal, was man dir sagt. Mit den Tasten. Rüber, rüber, rüber. So, und jetzt aber. Und nochmal. Ja. Und das letzte. Ich hab viel zu viel Zeit geklaut. Ja, drüben. Und weiter geht's. Ja. Und dann verkacken wir wieder. Da rein? Ja. 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 Ich hab am Anfang schon so lange gebraucht. Ach, Mann. Ist ein bisschen ärgerlich. Hat nicht so geklappt, wie man's gerne hätte. so. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, genau so. Brauch ich gar nicht weiter probieren. Also das rechte Boot, den ich nicht, das hatte ich schon mal offscreen probiert. So jetzt Leben zu verlieren, 5%. Einfach genial. Fahr doch einfach so, wie ich das mit dem Auto mache. Das kann doch nicht so schwer sein, du Kackboot. Ja, genau. Komm, geh mal weg. Okay, 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 wir haben's gleich. Oder wir haben's nicht. Mann. Wer denkt sich so ne bekloppte Mission aus? Die Spieleentwickler. Ja, die kümm ich mal. Nein, natürlich nicht. Ist ja nur gut gemeint, ne? Aber dann wundert ihr euch, warum solche Spiele so aggressiv machen. Dann wundert ihr euch, warum die Kinder so heutzutage austicken. Und das am jenen Fenster hört. Also, es ist, 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 Ja, das ist gut. Würde mich nicht wundern, wenn ich jedes mal vor Ende war. Klavanetz, mach. Untertitelung auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020